Nach den Strömungslinien der Luft schuf fort die Linie der Vernunft, den neuen Taunus 17M. Die Stromform ist es, die ihn windschnittig macht. Windschnittig aber heißt wirtschaftlich. Ganz klar, weniger Luftwiderstand ergibt auch weniger Benzinverbrauch. Sehr flach die Kühlerfront. Unverkennbar die Breitbandscheinwerfer. Freie Sicht durch die weite Wölbung der Frontscheibe. Licht und freundlich der komfortable Innenraum. Und die gewölbten Seitenscheiben schaffen Platz für breite Schultern. Bequem und sparsam der neue Taunus 17M. Sie müssen ihn einmal Probe fahren. Ihr Forthändler erwartet Sie. Musik 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 Musik